zurück neuer teil neues glück nein also wir sind auf dem weg zur exfiltration zonen nach dem doch äußerst erfolgreich im ende sind wir vollgeladen mit kram und es muss natürlich raus so viel spaß noch mal shootout mit der k.i. ach hey sag mal nur mal so interessenhalber ist in dem selfhaus auch der stash drin? ne ne könnte man ohne die darkzone zu verlassen so saubär hoch immer unter druck setzen das ist ein ding cool ne war auch nur ein item drin p4 16 g3 oh cool hier ist noch irgendwie einer aber es ist nur ne kleine ja ich bin eh voll da vorne ist schon wieder Fallverkehr das ist egal eventuell kommen wir hier durch die gasse vom Asur nehmen müssen wir ich dachte da gibt es doch sicher noch von der seil hier den Zug haben jungen vor und voraus ist aber auch fein verkehrt her Das ist wahrscheinlich randvoll da oben, die Leute. Ich springe hier nicht direkt in die Scheiße, sondern laufe hier mal einen Block. Wo setze ich den Heli hin? Ist das KI? Ja. Ach, Kleiner, ne? Ja. Du hast eine Bird inbauen, auf deinem Position. Ah, noch ist ruhig, ne? Ja, aber wir sind schon wieder zu viele für die Exploration. Ach so, echt? Ja, da kamen noch ein, zwei Läufe zu. Ja ok, aber die scheinen busy zu sein. Ich seh die auch nirgendwo. Ja, die sind oben auf dem Dach, jetzt kommen sie. Sollte reichen für uns. Hinter dir ist sie, hinter dir. Nee. Komm, lass mich hintergieren. Ok, ich bin dran. Loot ist dran. Ja, einer hat's gepennt. Oh. Die waren cool drauf. Eigentlich könnten wir das supporten, wenn der jetzt einen loot. Ja. Also, wenn er das macht. Ja, klar, natürlich. Wenn er sich eine holt, bleiben wir hier. Das ist mal komisch, ne? Ja, so wenig KI. Mhm. Stimmt doch fast nicht, die gehen doch rogue. Also, die KI. G messe. Agent I am inbound on your position. komisch also ging es hier doch immer voll ab im schiss ich glaube die kommen jetzt meine minimap leuchtet knallrot unter uns aber die stehen da und sind passiv der kriegt seine exfil alles gut dann können wir uns gleich da unten auf die flachen machen oder wir suchen uns ja komm machen nehmen wir nochmal den sportstore nee pass auf weiß was wir machen wir gehen die straße runter ja also praktisch in die richtung in die ich jetzt guck weiß die straße links runter da kommen wir in dieses kleiner gebieten die beiden dicken setzen da waren wir in der beta auch ok hast du dich da abgeseilt oder was ja weil hier unten ist noch eine Lootkiste drin der große kostenl 86 jahr 2 sieg mal muss ich nicht kräftet das muss ich rechnen ich hatte 15 plus 9 das macht 24 also 6 kann ach so stimmt ich hatte 17 ja gut ähm boah was machen wir jetzt das war die andere richtung oder so nee hier die richtung die richtung stimmt schon ok ich weiß jetzt noch nicht ob man da nochmal rechts rüberkommt ich glaub schon wo ist wo ist die scheißkiste oder ja aber das wirft wahrscheinlich auch wieder so viel shit ab was so falls wir nicht überhaupt reinkommen nee kommen wir nicht weil die sitzen praktisch hier auf der anderen seite von dem Ding ok warte kurz mal kurz so ungefähr ja in der kontaminierten zone hier direkt die kreuzwärmige ja genau da also ich weiß schon wie man da hinkommt ich war mir nur nicht sicher ob man ob da ein Ding ist halt ob es hier noch einen Zugang gibt hätte ich das sein können hätte ich das sein können dann gehe ich doch oben rüber oder ich weiß noch gar nicht mehr ob es hier nicht auch irgendwo ich glaub hier gab es auch irgendwo ein Seil auf der Seite ach hier gibt es ein Seil hoch ach hier gibt es ein Seil hoch das muss ich doch jetzt einfach mal benutzen das muss ich doch jetzt einfach mal benutzen naja gut ok hier kann man da hoch guck mal hoch geht es ja du eich ja wir sind wir einfach zu viel angst dann kommen die gar nicht mehr Tja, das sagt meiner gar nicht. Fällt mir jetzt erst auf. Isaac hält's Maul. Ab und zu tut er das bei mir auch, ja. So, clean ores. Ja, mich mal gespannt, wie weit ich da komme mit meinem Zwaradschuss. Das ist gar nicht mehr zu Hause, oder? Da vorne links schliegt gerade einer über die Straße. Musst du mal gucken, ob ich da nicht... Da, links darf da einer hinterm Eker wie sich hin. Ach, da. Jetzt lassen sie sich blicken. Okay, dann snipe ich von hier, so weit wie ich kann. Ich würde mal eigentlich gerne den Schwachpunkt treffen. Jawohl. Na komm schon, ich seh doch, dass da irgendwas von dem Typ da hinter der Deckung immer raussteht. Ja, ab und zu kriege ich einen Headshot rein. Ah, wieder einer. Den kriege ich. Komm schon, Mann. Auf den Tank. Ach, schade. Egal. Hm, interessant, in der Beta waren es zwei von den Dicken. Ich heb den Kram mal auf, hier. So, einen habe ich noch frei. Ach, okay, hier ist so eine 30er Lootkiste. Okay. Und hier ist auch noch eine Dark Zone Kiste mit Schlüssel. Irgendwo ist die hier. Da ist sie. Ah, inaktiv. Klasse. Gut, ich muss mal gucken, was habe ich jetzt. Vier von neun. Ja, von mir aus gehen wir exfiltrieren und dann gehen wir zur Base. Toll, dass man da nicht in Deckung gehen kann. Toll, dass man da nicht in Deckung gehen kann. So, hier war ich dir. Definitiv noch nie. So, das denn. Ich auch nicht. Was ist das? Checkpoint, oder? Kann man kurz aufmunitionieren. Ja. Warte mal. Ach so, halt mal kurz an. Wieso kann ich kein... Ach so, ach, geht nicht. Was? Ja, ich hätte sonst noch Medikit eingeschmissen, weißt, damit du volle Gesundheit kriegst, aber ich kann kein Medikit nehmen, wenn ich volle Gesundheit habe, weißt? Ach so. Ja, klar. Oh, das ist ja auch ein cooles Extra. Oh, das ist ja auch ein cooles Extra. Ja, du gehst jeden Level hin und holst dir das Top-Zeug, ja? Boah, die Knieschoner sind auch gut. Boah, hier, guck mal. Plus 63 Scavenging, Mann. Die sind richtig gut, die Dinger. Boah, aber das wäre brutal, ja? Das wäre so krass. Wenn ich die Dinger dran bauen würde, dann hätte ich 1130 Feuerwaffen. Schade, ja? Skill. Attribut, was auch immer. Ah, okay, der Ding wäre nicht schlecht, wenn ich den, ja. Ich weiß, aber die Mords hier, die Gier-Mords, so langsam, weißt, da kommt dann richtig was bei rum, ne? Wenn du dann... Okay. Hey, es ist mal wieder Zeit, den Teil zu beenden und im nächsten Teil laufen wir dann zum Brian Park und hey, wir werden überrascht sein, was uns da erwartet. Es wird hart, es wird spannend, es wird ein krasser Kampf, ja, und hey, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie sich das entfaltet und wie viel wir fluchen, mein Gott, ja, hey, schaut den nächsten Teil. Macht's gut, bis dann, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.